Du möchtest online Geld verdienen und das im wahrsten Sinne des Wortes im Schlaf. Wie das funktioniert mit einer ganz bestimmten App und wie du mit einer einzigen App auf drei unterschiedliche Arten und Weisen komplett passiv online Geld verdienen kannst, das verrate ich dir in diesem Video. Also bleib auf jeden Fall dran, wenn du ganz bequem Geld im Internet verdienen willst. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Heute möchte ich dir eine kleine, aber feine App vorstellen, die schon sehr, sehr lange am Markt ist, die sehr etabliert ist und die dir regelmäßig komplett passiv quasi im Schlaf Geld einbringt. Und das gleich auf drei unterschiedliche Mittel und Wege. Ich rede von der App Honeygain. Honeygain, das stelle ich dir gleich vor, und zwar nicht nur die Webseite selbst, sondern auch meinen eigenen Account, damit du direkt sehen kannst, wie viel Geld kommt denn dabei rum, was musst du dafür tun, kleiner Spoiler, gar nichts. Und wie kannst du direkt sogar 5 Dollar Startkapital von mir bekommen? Das verrate ich dir alles in den nächsten Minuten. Wenn du Spaß hast am Online Geld verdienen, dann lass mir gerne ein Like für dieses Video da und schau dir gerne auch die anderen Videos hier auf diesem Kanal an. Und wenn du ein Abo dalassen möchtest, bist du natürlich herzlich zu eingeladen. Wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du zukünftig nichts Neues mehr hier bei Geniale Geld Ideen. Und jetzt geht's los mit Honeygain. Honeygain ist eine Webseite, die dir tatsächlich passives Einkommen generiert und das ohne, dass du überhaupt etwas dafür tun musst. Was ist das Prinzip dabei? Nun, Honeygain bringt dir Geld, indem du deine Internetverbindung teilst. Und das auf eine sichere Art und Weise. Das heißt, du musst da keine Freigaben machen, es wird keine Software geteilt oder so, sondern die setzen sich quasi auf deine Internetverbindung auf. Das Einzige, was du benötigst, das ist logischerweise entweder ein Notebook oder ein Computer oder ein, in diesem Fall bei mir, ein Mac oder ein Smartphone mit Android oder Mac OS drauf. Und schon kannst du quasi loslegen. Das Einzige, was du dann noch brauchst, ist die App von Honeygain. Die musst du installieren, starten, im Hintergrund laufen lassen und kannst im wahrsten Sinne des Wortes im Schlaf Geld verdienen. Wie funktioniert das Ganze? Auf jeden Fall auf eine sehr sichere Art und Weise. Denn Honeygain wird bezahlt von vertrauenswürdigen Partnerunternehmen, die eben diese Internetverbindung benötigen, um Informationen aus dem Internet, aus beispielsweise unterschiedlichsten Ländern zusammenzutragen. Und dafür nutzen sie eben die Dienste von Honeygain und damit deine Internetverbindung. Du hast hier auch eine Möglichkeit zu schauen, was du verdienen kannst mit Honeygain. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal quasi Traffic teilen, also sprich deine Internetverbindung in Form von Datenvolumen, 5 GB, 8 GB etc. Und einen sogenannten Content Delivery. Das heißt, da wirst du tatsächlich Pakete zum Download sozusagen zur Verfügung stellen. Und kannst dann hier auswählen, wie lange du denn diese Content Delivery aktiviert haben willst. Und wenn dann etwas benötigt wird, dann wird, sobald du Content Delivery eingeschaltet hast, eben diese Pakete auch übertragen. Und wir können einfach ein bisschen mit rumspielen. Du kannst also auch mehrere Devices, wie du hier siehst, also zwei Handys beispielsweise und ein Computer, sofern sie unterschiedliche IP-Adressen haben, gemeinsam verbinden mit deinem Account und kannst dann Geld verdienen. Und wenn wir ganz, ganz klein anfangen, das zeige ich dir auch gleich in meinem Account, du hast nur ein Device und hast pro Tag vielleicht zwei oder drei Gigabyte, die du teilst und ein ganz kleines bisschen von diesem Content Delivery Paketen aktiviert, dann bist du so zwischen 7 und 10 Dollar pro Monat. Und das komplett passiv. Du brauchst, wie gesagt, überhaupt nichts zu tun. Das heißt, dein Netflix-Abo, das hast du schon mal komplett raus. Jeden Monat, nur dadurch, dass du die App von Honeygain benutzt. Wenn du dich direkt übrigens über den Link unten von mir anmeldest, dann bekommst du schon mal 5 Dollar Startguthaben, brauchst also gar nicht mehr so lange, um dir das ganze Geld bei Honeygain auszahlen zu lassen. Auch das funktioniert, wie genau, erfährst du jetzt. Wenn du mitmachen möchtest, wie machst du das? Ganz einfach, du gehst hier auf Download, lädst das Ganze runter und hast dann die Möglichkeit, ins Dashboard einzusteigen, sobald du dich registriert hast. Bei mir sieht das Dashboard mittlerweile so aus. Ich bin schon ein kleines bisschen länger dabei und es ist im Grunde alles komplett selbsterklärend. Es gibt, wie gesagt, die erste Möglichkeit, indem du einfach dein Internet teilst. Hier sieht man die fleißigen Bienchen, die quasi die Waben füllen. Und ich habe hier beispielsweise schon 21,3 Credits gesammelt. Ein Credit ist so eine Art künstliche Währung. 1000 Credits entsprechen einem Dollar. Das heißt, ich habe hier jetzt momentan insgesamt über 6 Dollar schon in meinem Account. Auszahlen lassen kannst du das Ganze ganz einfach und bequem per PayPal ab 20 US Dollar. Das heißt also, innerhalb, wenn du diese ganz kleine Möglichkeit, die ich gerade vorgestellt habe, nutzt, innerhalb von drei Monaten. Und du musst, wie gesagt, überhaupt nichts dafür tun. Ich habe ein aktives Device momentan dabei und außerdem kannst du hier oben, wenn du andere Geräte noch hast, ganz einfach auch dir die Android App holen oder die Mac App oder eben eine Windows App, wenn du einen Windows Rechner hast, den du ebenfalls mit Honeygain mit der App ausstatten möchtest. Also alles total super. Hier siehst du, was und wie viel du übertragen hast an Datenvolumen. Und wenn du im Bereich Content Delivery unterwegs bist, bei dem diese Datenpakete übermitteln möchtest, dann siehst du auch hier, wie viel Zeit diese Dinge übertragen wurden. Hier an diesem Tag drei Stunden, am 18. August waren es fünf Stunden und zehn Minuten. Und so hast du ein perfektes Tracking. Das ist die erste Möglichkeit, komplett passiv mit Honeygain Geld zu verdienen. Die zweite Möglichkeit ist, einmal am Tag in deinen Account reinzuschauen. Warum? Weil es jeden Tag die Möglichkeit gibt, zusätzliche Credits zu gewinnen. Und zwar jeden einzelnen Tag. Also jeden Tag einfach einmal reinschauen in den sogenannten Honey Jar, also in das Honigglas. Und wenn du Glück hast, dann kannst du hier eine ganze Menge Credits gewinnen, die direkt deinem Account gutgeschrieben werden. Ich habe das heute noch nicht gemacht, deswegen gucken wir jetzt einfach mal rein. Try your luck. Das ist auch wirklich jetzt live. Wenn ich jetzt diesen ominösen Honigtopf öffne, gucken, ob was drin ist. Ja, es sind 20 Credits drin und du hast gesehen, die sind hier gleich automatisch meinem Account gutgeschrieben worden. Und das machst du jeden Tag und kannst dann zusätzlich sogar aktiv, nur dadurch, dass du dich einmal am Tag einloggst, noch ein kleines bisschen Geld hinzuverdienen. Also so lange brauche ich nicht mehr zu warten und habe dann schon mein erstes Payout. Und die dritte und letzte Möglichkeit, mit Honey Gain Geld zu verdienen, ist es, Freunde einzuladen, ebenfalls mitzumachen. Das heißt, direkt in deinem Account hast du hier deinen Empfehlungslink, deinen Teilnahmelink. Und wenn du diesen Link teilst und jemand meldet sich darüber an, kriegt er erstens auch 5 Dollar Startkapital, ganz einfach so, als Dankeschön, dass er sich angemeldet hat oder sie sich angemeldet hat. Und du bekommst für alles das, was die einnehmen mit Honey Gain, 10% auf sämtliche Einnahmen aller deiner Freunde, Verwandten und Bekannten. Das sind die drei Möglichkeiten, wirklich komplett im Schlaf passiv Geld mit Honey Gain zu verdienen. Wenn du wissen willst, wann und wie häufig dir was gut geschrieben wurde, dann kannst du hier links klicken auf Transactions History und da siehst du tatsächlich für jeden einzelnen Tag, was du wann wie viel verdient hast. Jetzt gerade den Honey Jar Gewinn von 20 Credits, 9 Credits 44 für den 23. August, dann den Content Delivery Credit von 38 Credits und so weiter, wie du das hier machst. Und du kannst es komplett einsehen, jederzeit und weißt immer, wie lange du noch brauchst, um dein erstes Payout zu erhalten. Und die Frage, die sich vielleicht viele von euch stellen, ist das Ganze denn wirklich seriös? Ja, denn Honey Gain ist schon sehr, sehr lange am Markt. Seit 2018 gibt es grundsätzlich schon diese Idee und am 24. Mai 2019 wurde Honey Gain offiziell gegründet. Es ist also schon mehrere Jahre verfügbar. Ein großes Team ist momentan verfügbar aus über 20 IT-Enthusiasten, die über drei Kontinente verteilt sind und eben dafür sorgen, dass Honey Gain fleißig weiter wächst. Und mehr als 1,2 Millionen User haben sich innerhalb eines einzigen Monats in der Vergangenheit registriert. Also das scheint tatsächlich gut zu sein. Und wenn man sich die Bewertungen mal anschaut, hier auf Trustpilot gibt es bereits 2945 Reviews und der Durchschnitt sieht hier wirklich sehr, sehr gut aus. Wir können da auch nochmal detailliert reingucken. Das sind tatsächlich 4,2 durchschnittliche Sterne bei fast 3000 Reviews. Das ist tatsächlich überdurchschnittlich. Also von dieser Seite her ebenfalls kein Problem. Ich habe auch selber schon etwas auszahlen lassen und kann bestätigen, das funktioniert tatsächlich problemlos. Ganz einfach per PayPal. Ein kleiner Hinweis noch, du musst nicht immer in den Account reingehen, es sei denn, du möchtest dieses Honigglas öffnen und zusätzliche Credits bekommen. Du kannst aber auch ganz einfach, wenn du es installiert hast, auf das Icon klicken, was du auf deinem Desktop dann verfügbar hast. Und dann öffnet sich ein kleines Fenster. Das sieht man hier. Und da siehst du jederzeit gerade, wie viel Geld du momentan hast, was du am aktuellen Tag verdient hast, ob Content Delivery eingeschaltet ist, wie viel Zeit du das schon aktiv hast, wie viele Gigabyte Internetbandbreite verteilt wurden bereits. Ich habe das Content Delivery halt eingeschaltet und kann auch jederzeit hier mich ausloggen, wenn ich das möchte. Ich lasse es aber eigentlich immer im Hintergrund laufen, denn nur solange die App läuft, hast du die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das Ganze wirklich komplett im Schlaf. Du brauchst auch keine Sorgen zu haben, dass deine Bandbreite dadurch gestört wird. Du kannst trotzdem streamen und alles Mögliche damit anfangen. Viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Das Ding ist selbsterklärend. Es funktioniert komplett automatisch. Drei Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit Honeygain. Und wenn du, wie gesagt, Lust hast, das einmal auszuprobieren, klick gerne auf den Link unten in der Videobeschreibung. Dann kriegst du auch direkt 5 Dollar Startkapital. Wenn du auf den Link geklickt hast, dann kriegst du hier dieses Sign-Up-Formular. Entweder ist es hier schon vorausgefüllt mit dem entsprechenden Coupon-Code oder du musst ihn einmal noch eintragen. Das heißt, du trägst hier deine E-Mail ein, entscheidest dich für ein Passwort, klickst auf Redeem Coupon-Code und gibst da den exklusiven Geldideen-Code ein, Geld5. Und dann kriegst du automatisch die 5 Dollar gutgeschrieben, klickst auf Sign-Up und schon kannst du loslegen, mit Honeygain Geld zu verdienen. Probier es gerne aus. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du davon hältst. Wenn du ein bisschen mehr als nur dein monatliches Netflix-Abo mit Geld aus dem Internet bezahlen möchtest, dann klick gerne auf das linke Video. Da verrate ich dir, wie du komplett automatisch mit künstlicher Intelligenz 4000 Euro verdienen kannst. Eine ganz, ganz clevere Strategie. Und wenn du sagst, nee, YouTube ist mein Ding, ich möchte einen YouTube-Kanal aufbauen, dann findest du mein komplettes kostenloses Tutorial, wie du 2000 Euro pro Monat mit YouTube verdienst, wenn du aufs rechte Video klickst. Egal, ob du rechts oder links klickst, ich freue mich, wenn wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, viel Spaß und tschüss.